Nimm, nimm Relic Shield Relic Shield oder Coin Svealthy 6 Tarek AD Carry Chess Q Hä, nein, warum? Ja, Kindred Support, oder? Hat er doch in Chat geschrieben Ich bin der Supporter, da wird auch unsere Items haben Ja, unsere Summoners, ja Ne, unsere Items Ja, du hast doch ein Schild Ich hab... Geiler Schild Geiler Schild Geil vieles Lebens Ne, ist ja nicht viel Die ist schon wieder voll Du bist fast wieder tot Ach, komm, als wenn der Kha'Zix da ist Shit Ah Gott, ich war die... Gibt's nicht Gibt's mal diese Fienen mit Lena Ist so Ist so Unpredictable Oh, die sind sehr schön Level 6 Hm, will noch nicht Aber die sind gestorben Und der hat... Oh mein Gott Keine Lust mehr auf den Oh mein Gott Nice, 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 nice Ich... ich hab euch lieb Ich weiß nicht was... Jaaa... Sag mal, haben die das eingeführt, dass man die Laoi Tentakel, dass man nicht sie vor dir hinschlagt wenn sie ultet? Einmal Prost, aber Der ist einfach nur extrem fett Der ist eigentlich die Scheiße, weil ich meine, der baut fucking Ghostblade anstatt Traktar 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 Ich hab einen 2 Sekunden ult Mhm Warte Na gut, können wir nicht machen Ich hab... 7 Sekunden ex host... Ex host Fuck, da bist du noch im Janger Oh, scheiße, die Janger ist hier Nein, ich hab keine Ahnung Geil Ist das mal auf K Wer? Achso, der... Der Ding hat geliftet Der gute... Support Ja Yes Ich hab den ex host Und du bist tot Boah, immer wenn ich auf die... Tristana was draufsetzen will Boah, und dann holt die... Ach, easy Das dann hätte er halt auch getroffen, oder? Glauben nicht Glauben nicht Glauben nicht Nein, ich hab meinen ulti erst in 17 Sekunden Du ist tot Oder auch nicht Ja, rennt bitte weg Glauben nicht Glauben nicht Kassel Brauch ich Nein, die reden so, dass ich zu dir springen kann Tut mir leid, der Set hat mich gesauen Du hättest hochlaufen können Dann wär ich zu dir Der... der Set hätte mich gewonshottet Wir haben dann auch keine Vision Gut, dass er Janger und äh... Die Mitteländer genau in der genauen Zeit haben Von 19 Endauer Dive Set Brauch mal der Set 8 kills Run Run Ich hab noch das oder? Und Illya auch ein Bot Und Illya auch ein Bot Ist die? Ja okay Ich könnte dazu typen Ich hab keine ulti Das heißt ich werd komplett keinen Infektor haben eigentlich Really Nigel Ah, ich hab's überlebt So, das ist super OHHHHHHHHH Ich bin so ein Und die Ilau verliert dafür zwei Waste und Turret. Das war aber auch wirklich knapp, muss man dazu sagen. Ja, ich hab's gesehen. Wenn ich gesagt hätte, dass sie nicht sofort tot waren, hätte ich auch so zu dir wie der Nesterband. Hier. Hier, irgendwo, irgendwo hier. Scheiße, ich kann nicht mehr pingen. Nein, come on. Help me, help me, help me. Warum, was ist das? Warum bist du wieder zu ihm raufgerannt? Ja, willst du dir die Dingskrabbe holen? Die Toplane-Krabbe? Ich will erst mir irgendwie etwas holen. Aber das geht leider nicht. Also muss mir Toplane-Krabbe holen. Da kann ich nicht töten. Guck, da kann ich nicht töten. Was habe ich gesagt? Er kann mich nicht töten. Ja, ich. Er kann nicht, er kann nicht. Ich töte ihn. Ich bin nicht. Demacia. Habt ihr überhaupt Stacks? Stats. Achso. Warum probiert das überhaupt nicht jeder? Was macht er? Okay. Glau, ihr geht wahrscheinlich für Toplane-Turm. Komm, Pexel, diese kommen, musst du einfach das Geilste. Nee. Hallo, ich bin LadyC. Oh. Hallo, ich bin LadyC. Ich will nicht von LadyC stehen. Die heilt sich, wenn ihr von den Tuckeln getroffen werdet, ne? Die Loops. Ist nicht so, dass die Damage machen würden, ne? Ich hab trotzdem Angst, ich bin LadyC. Ich werde sogar von der Gena gewarnshottet. Bleib eigentlich LadyC. Wie viel tankt die Scheiße? Soll ich schulden? Oh mein Gott. Help me. Er braucht schon Hilfe. Was? Ich bin tot, wenn ich will. Nein, nein. Oh Mann, was? Warum hab ich 30 FPS? Was ist das denn? Wie ein Kind mit Main macht so viel Spaß. Ich muss verarsch vorkommen. Denkst du, ja, ich kann wunderschön biegen. Äh, äh, schöner Ulti. Voll, die hat einfach mal über diese Wand geflogen. Sollen wir draufrennen? Ja. Au. Ich hab dich perfekt geschildert. Ob set. Toter set. Oh mein Gott. Jeder ist tot. Fuck. Ich hab's nicht mehr geschafft, rauszuspringen. Warum muss ich den Tower tanken? Weil du der Tank bist. Ja, ich weiß. Guck auf deine Ruhe. Ich hab auch einen Tank. Guck auf deine Ruhe, du bist der Tank. Oh nein. Ich darfst du den? Nein. Fahr mal vielleicht ein bisschen zu viele Turrets. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. So tanky bin ich dann doch noch nicht. Okay, was kommt jetzt? Vielleicht nicht den Deckel eingegangen sollen. Oh, oh, oh. Einen Kuchen. Guck doch, wie wenig Damage du kriegst durch mich. Ich bin auf Waxbegröße oder geh ich mir auf Damage? Nein. Oh, mein Yield. Gib mir mal hier. Lauf lieber, ich hab keinen. Aber warte, die Trissana ist geflasht, ne? Ziemlich sicher. Eier. Eier, jetzt bist du tot, weil ich hab keinen Denkens. Gefeadrter Z, wohl der gefeadrter Noob. Das war overextended. Sollen wir die Beine da machen? Ne. Okay, Ilawi kommt dazu. Ich bin eh unnötig. Oh, interessanter Damage von Kindred, muss man sagen. Ich möchte wieder eine Runde gewinnen. Ich will mal wieder eine Runde verlieren. Ich bin zu gut. Ich gewinne nur. Vayne Thread. Da sieht man so aus wie Vayne als Kindred. Ja, ich weiß, den hast du mal in dem Video genutzt. Ich weiß. Mein Tower. Ich will die 50 Gold. Geh, ich. Ich nehm die. Vom Nexus. Überlebt. Easy. GG. Oh, Double Explosion. Easy, solo carry.